Hallo ihr Lieben, es ist der Welt Emili, Hello Dears, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich zeichne heute ein Faultier und habe jetzt gerade vergessen mir den Namen aufzuschreiben. Werde ich aber dann in den Kommentaren schreiben und mich bedanken. Vielen lieben Dank für die süße Idee, eigentlich hatte ich sie schon vorher und habe für meinen Spreadshirt-Shop bereits so ein Faultier gezeichnet, habe es sogar auf Instagram gepostet und wollte mit euch auch so ein Faultier machen, habe es aber total vergessen. Und lieben Dank für die süße Idee, die habe ich gestern gelesen und versuche natürlich möglichst schnell so ein schnuffiges Faultierwesen zu machen. Ich mache es nicht realistisch, weil ich mir das füreinander mal aufspare. Ich möchte es jetzt knuffig machen, möchte euch zeigen, wie ich so ein Faultier eher stilisiert, eher so als Design mache und eher so in diesem knuffigen Babystil. Weil das Faultier selbst ist schon, also wenn man es realistisch macht, es ist zwar knuffig, aber es ist jetzt nicht so, ja wie soll ich sagen, also es ist nicht so niedlich, wie ich es mir immer so erhoffe und deshalb mache ich es verniedlicht. Also schon flauschig, aber verniedlicht. Und ihr seht hier bereits, das ist mein T-Shirt-Design, das ich gemacht habe. Das ist das zweite, das andere hat einfach eine andere Schrift und ist nicht so flauschig und habe es in meinen Spreadshirt-Shop bereits hochgeladen. Ich verlinke euch das am Ende des Videos. Dann könnt ihr da drauf gehen, also auch über den Link da drauf klicken und dann findet ihr es. Hier weiß ich jetzt nicht so genau, wie wir das machen, ob ich diese Schrift machen soll oder nicht. Also er hält sich auf jeden Fall da dran. So habe ich es mir so gedacht. Das war so meine Idee. Und in diesem Fall heißt es Chill Out. Und ich habe es mir als Geschenk gedacht und deshalb fand ich das, ja, so ziemlich schnuffig, knuffig, niedlich. Kann man schön verschenken einfach an, ja, so an gestresste Leute. Als Weihnachtsgeschenk finde ich das ganz süß. Da ist so ein bisschen die Kuschelzeit. Also zumindest finde ich so, dass man Weihnachten immer so ein bisschen zusammenrückt. Die Wärme des anderen sucht und, ja, und auch genießt. Und deshalb wollte ich das machen. Hier geht es natürlich nicht so gut aus, weil ich das irgendwie viel flauschiger mache. Deswegen, ihr seht hier, ich vergrößere immer weiter den Po. Also es wird nicht so ganz genau werden, wie meine vorherige Zeichnung. Also diese links da vorne. Aber wir gucken mal, was wir so zusammen machen können. Ich finde das sehr leicht. Also so ein Faultier ist sehr leicht zu zeichnen. Aber wie gesagt, wenn man es, ja, verniedlicht und vereinfacht. Ansonsten muss man schon sehr aufpassen, wie das Gesicht genau ist. Ich habe mich für Grau entschieden. Ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Variante ist. Das Faultier selbst ist eher so ein, ja, so braun-beige. Und in diesem Fall, ich mache es ein bisschen realistischer, aber nicht ganz so. Also hier mache ich zum Beispiel beim Nähchen so einen Glanzpunkt. Und um die Augen herum wird es jetzt recht dunkel und flauschig und schwarz. Das heißt, ich mache praktisch noch eine dritte Version jetzt von diesem Faultier. Das erste seht ihr bereits hier. Das zweite, das ist ein Foto einfach. Da habe ich mir ein Foto raus, also ausgedruckt, damit ich die Realität sehe. Also wie zum Beispiel um die Augen herum das Ganze ist. Aber ich mache es ja trotzdem in meinem Stil. Also ja, weder zu realistisch, noch zu designvereinfacht. So wie ich es hier für das T-Shirt mache. Für die T-Shirts, ihr wisst, manche wissen das, ich mache auch T-Shirt-Designs wirklich nur, wenn ich Zeit habe. Eigentlich habe ich gar keine Zeit. Und ja, aber manchmal bleibt mir so, oder ich habe einfach eine Idee, so sagen wir es so. Ich habe keine Zeit, aber ich habe eine Idee. Und dann nehme ich mir eine Stunde Zeit oder so, um so ein Design zu machen. Und in der Regel ist es ein sehr einfaches Design. Also im Freehand zeichne ich das noch. Also so praktisch Vektordatei kann man auch im Illustrator machen. Aber ich bin so eher so alte Schule ein bisschen. Wenn ich mich in so ein Programm verliebe, dann würde ich es am liebsten mein ganzes Leben lang benutzen. Illustrator ist ein bisschen für mich komplizierter. Aber wie auch immer, das ist jetzt nicht so wichtig. Es ist wichtig, dass ihr wisst, dass es eine Vektordatei ist. Das heißt, sie ist am Computer mit Vektoren gezeichnet. Ist eine ganz andere Variante als das, was wir hier machen. Also es ist komplett digital praktisch. Ich mache es auch mit der Maus. Und sowas lernt man im Studium, beziehungsweise ich habe es bereits schon in der Ausbildung gelernt. Es ist aber, also es ist schwer, wenn man es gar nicht kann. Je besser man es lernt, desto einfacher wird es. Und zum Schluss kann man das sogar als, wie soll ich sagen, leichter als Handzeichnen ist es nicht. Aber es ist fast so leicht. Aber das Programm muss man lernen. Jetzt machen wir diese Flauschigkeit. Also ich benutze hier sehr viel Polychromos und sehr viel Zener-Color-Stifte. Ich schaue, dass ich sie euch zum Schluss aufschreibe. In diesem Fall ist es Faber-Castell nicht Polychromos, sondern Color Grip oder so ähnlich. Und ich mache es in der betonten oder beziehungsweise bereits etablierten Art von mir. Hier hat es also ein kleines Stirnchen, finde ich, weil von hier aus die Nasenhaare in die Richtung wachsen und von hier aus in die Richtung. Also ganz niedlich, wenn man jetzt das realistische Foto anschaut. Ganz niedlich. Dort habe ich es vereinfacht. Man kann es bei der vereinfachten Zeichnung auch noch flauschiger machen. Das ist jetzt natürlich euch überlassen. Auf jeden Fall finde ich so ein Faultier als Symbol für Chilling und für Entspannung total niedlich. Also ich benutze natürlich auch viele. Das ist der Inbegriff von Entspannung. Irgendwie von Flauschigkeit. Selbst bin ich jetzt nicht so ein Fan vom Faultier. Ich mag hier die, ja, also mir gefallen zum Beispiel die Pfoten von ihm nicht. Das sind ja keine Pfoten, das sind ja so Krallen. Ihr wisst, ich habe immer so eine Aversion gegen Krallen und komischen Hufen, Pfoten. Pfote, ja, mag ich, aber alles, was keine Pfote hat, sondern irgendwelche Krallen und komische Finger oder Zehen oder Hufe. Mag ich nicht zeichnen, also das ist das, was mir an den Tieren nicht so gefällt, wenn man überhaupt irgendwas aus, an der Natur irgendwas auszusetzen hat. Eigentlich weiß die Natur ganz genau, was gut ist, aber es geht um das Optische, ja, um die Schönheit. Und ich finde diese Krallen vom Faultier nicht so besonders hübsch. Das ist mein einziger. Dafür finde ich die Flauschigkeit schön, aber ich habe das Gefühl, dass so ein Faultier sehr haarig ist und sein Haar nicht wirklich zum Kuscheln ist. Es würde mich schon interessieren, ob jemand von euch bereits so ein Faultier angefasst hat. Wie fühlt sich das an? Ist es wirklich so flauschig, wie es aussieht, oder ist es eher so borstig, ja? Also wie so ein Wildschwein, weil Wildschweine, wenn jemand von euch, ich habe jetzt zwar kein Wildschwein angefasst, aber ein Schwein habe ich versucht zu streicheln. Und die Borsten sind ja unglaublich hart, also da kann man theoretisch auch so Zahnbürsten draus machen. Also es ist, ja, nicht so zum Streicheln. Da gibt es Tiere, die kann man besser streicheln, also Katzen und Hasen und auch Hunde, obwohl viele Hunde auch eher, also die Großen, nicht so weiches Haar haben wie die Kleinen, sind sie viel streichelfreundlicher als jetzt so ein Borstenschweinchen. Und mich würde interessieren, ob sich so ein Faultier so ähnlich anfühlt. Meine Lieben, ihr seht hier, ich mache nichts besonders, außer diese komischen Härchen da. Was wir aber brauchen, ist jetzt ein Grundton. Und ihr wisst bereits, ich mag total, ich schiebe das mal ein bisschen, ich merke, ihr seht das gar nicht so richtig. Ich mag das sehr, wenn es so, ja, so einen rosigen Grundton hat. Und das mache ich jetzt hier bei dem Körper. Beim Gesicht müssen wir sehen, also ich habe hier das Gesicht weiß gelassen, das Gesicht ist aber nicht so ganz weiß. Da machen wir das auch. Also diesen rosigen Grundton müssen wir auch hier machen. Das ist Zehner-Color und zwar Peach Puff. Eine meiner Lieblingsfarben in dem Zehner-Color, weil die so schön fein, gar nicht intensiv, einfach nur so vermalend ein bisschen verschmiert. Wirklich so als Grundton. Damit wir nicht so dieses Grau in Grau Kalte haben, sondern einfach so ein, ja, hautfarbenes, rosiges. Und dann machen wir einfach weiter mit der Flauschigkeit und versuchen möglichst unser Tierchen, vielleicht auch ein bisschen mit schwarz, ja genau, damit wir die Outline haben. Also er hat seinen Kopf so gedreht, dass er praktisch uns anschauen kann, aber eigentlich steht er verkehrt hier rum. Das finde ich ganz witzig an den Faultieren. Man hat das Gefühl, die können so wie die Eulen die Köpfe um 180 Grad drehen. Ich glaube zwar nicht, dass sie es können, aber irgendwie sieht es so aus. Also die Krallen habe ich so gemacht, irgendwie. Und das sind hier die längeren, also die umfassen hier das Ganze und hier diese und diese längeren. Was mir total gut gefällt am Faultier ist, dass man das schön als Postkarte oder so Grußkarte verschenken kann. Finde ich, weil es irgendwas Witziges hat und Faultier so als Symbol für entspann doch mal und gönn dir ein bisschen Zeit für dich. Finde ich sehr, sehr schön. Kann man jedem verschenken. Im Prinzip braucht jeder von uns so ein inneres Faultierchen. Manche haben vielleicht zu viel davon, ich weiß es nicht. Also ich bin eher so, also ich mache eher zu viel, finde ich. Eigentlich müsste ich mehr entspannen und mehr weniger machen. Aber ich kann mit meiner freien Zeit eigentlich nicht so gut umgehen. Meine freie Zeit ist sofort meine Arbeitszeit. Also sobald ich meine Projekte erfüllt habe, die ich so machen muss, also so meine Aufträge, nehme ich mir die Zeit für solche Sachen. Also entweder YouTube mit, also am allerliebsten, oder so diese T-Shirt-Designs, die ich, ja ab und zu lade ich was hoch. So die großen Verkäufe sind es nicht, aber es wird immer mal wieder was verkauft. Das ist ganz nett und das motiviert einen. Also wenn irgendwas dann doch über die Ladenthecke geht, freue ich mich sehr. Hier mache ich so richtig flauschiges Gesicht hier, ihr seht es. Will es aber nicht zu dunkel machen. Kann man, kann man machen. Also das ist hier so ein ganz schwarzer Stift. Sollte man aber nicht zu dunkel machen, weil es dann so unfreundlich wirkt, finde ich. Und so ein bisschen was Helleres können wir ja schon gebrauchen. Und ich mag zur Zeit, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich mache zwar meinen Adventskalender auf Instagram und da habe ich ganz bunte Bilder, weil das einfach zu meinen Büchern passt. Die ganz kunterbunt sind, also für Babys, damit sie die Farben schön sehen. Rot, gelb, grün, blau und so weiter. Auch freundliches Orange und so sind auch meine Fotos. Aber so privat mag ich momentan total gern. Ist aber bedingt durch die Jahreszeit. So grau und ja so Aschefarben und so Roséfeine Töne. Also so wie jetzt hier, so wie ich das mache. Ich weiß nicht warum. Ich sage immer, das ist wirklich bedingt durch die Jahreszeit. Anders kann ich es mir nicht erklären. Jetzt müssen wir probieren, wie das eigentlich ist, wenn wir das anders hier herum machen. Also ich habe vorhin die Beinchen, die vorne sind, heller gemacht und die Beinchen, die hinten sind, dunkler gemacht. Das mache ich jetzt bei diesem anders. Das heißt, die Beine, die vorne sind, werden dunkler und die Beine, die hinten sind, bleiben so in so einem helleren Ton. Weil ich dieses ein bisschen dunkler machen will, sonst seht ihr das nicht. Später, wenn ich so die Thumbnail mache, sieht das plötzlich so ganz hell aus. Und ich denke mir, das seht ja kein Mensch dann. Ich sehe es, aber ihr seht es nicht. Das finde ich doof. Ja, ansonsten bin ich so richtig am Flauschigkeit machen. Das seht ihr ja. Ich liebe diese Flauschigkeit. Ich könnte mich, ich könnte die ganze Zeit mit irgendwas so Flauschiges kuscheln. Ich liebe diese Flauschigkeit. Und da kann ich nicht genug machen. Das ist ganz schlimm. Flausche kennt ihr ja schon. Das ist meine Flauschieule. Die kann ich euch hier oben rechts verlinken. Könnt ihr sie euch anschauen. Da habe ich wirklich, also dieses Video habe ich so gemacht, wie ich eigentlich, wovon ich träume. Also so richtig flauschig. Und ich habe neulich gelesen, jemand hat sich eine Schleiereule gewünscht. Ganz liebe Grüße. Mache ich gern. Ich habe aber mehrere Eulen schon gemacht. Also ein Uchu und eine Schneeule und eben die Flauschieule. Von daher mache ich ganz bald auch eine Schleiereule. Sie wird aber höchstwahrscheinlich ziemlich realistisch sein, denke ich mal. Weil sie sich unterscheiden muss von den anderen Eulen. Also nicht so knuffig, sondern so richtig, denke ich mal. Aber jetzt sind wir beim Faultier. Ja, was würdet ihr noch machen beim Faultier? Ja, wie gesagt, ich wollte es so richtig ganz leicht machen, also so, dass ihr es ganz leicht auch selber zeichnen könnt. Hier drunter mache ich es rosig, einfach damit man sieht, wo der Kopf ist. Es kann so ein bisschen so Bäckchen bekommen, mag ich sehr. Ja, und hier drunter ist so praktisch der Kopf, der da so verdreht zu uns guckt. Ja, und die Arme, also die knicken natürlich in der Mitte ein, aber das haben wir jetzt alles gar nicht mehr gemacht. Weil ich das nicht zu realistisch machen will, also das habe ich ja schon gesagt. Und hier mache ich jetzt so noch ein bisschen Klauschiges. Also ihr könnt gerne, wie gesagt, ich verlinke zum Schluss meinen Job. Ihr könnt euch gerne anschauen, wie das Ganze ist. Das Design, das ich gezeichnet habe hier, ist eher so ein helles Design, also eher für dunklere T-Shirts und dunklere Pullis, dunklere Taschen. Und das, was ich jetzt hier mit euch gezeichnet habe, ist eher, finde ich, für hellere. Weil wir so eine schöne, dunklere Outline haben, durch das Schwarz, durch diese Flauschigkeit. Was ich nicht so jetzt habe, ist, wo hält er sich dran? Das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Und ich habe auch die Schrift nicht geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob euch das interessiert. Es gibt sehr schöne Kanäle, die sich mit Handlettering befassen. Ich bin nicht so der Handletterer, obwohl ich das sehr, sehr schön finde und auch sehr bevorzuge. Also ich bevorzuge diese Schriften. Und ich lerne auch gerne, also ich versuche das auch schön zu machen. Aber ich finde nicht, dass ich jetzt so ein Experte darin bin, das meine ich. Sonst mache ich das sehr gerne. Also wenn euch sowas interessiert, wie man so eine Schrift, eine schöne macht, was heißt, wie man sie macht, also wie ich sie machen würde, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten werde ich das nicht weiter so vertiefen. Aber wir haben jetzt so ein richtiges Flauschieding. Und ich hoffe sehr, dass es euch gefällt. Wenn ja, bitte einen Daumen nach oben. Und wer mich noch nicht abonniert hat, bitte, bitte, bitte abonnieren. Das wäre super, super lieb. Und ja, und demnächst sehen wir uns wieder. Ihr könnt gerne auf meinen Shop vorbeischauen. Gerne auf Instagram folgen. Da verlose ich am Sonntag wieder was. Also ein kleines Weihnachtsbüchlein. Und ansonsten sehen wir uns ganz bald wieder, meine Lieben. Die Stifte schreibe ich euch auf. Das waren gar nicht so viele. Ja. Gar nicht so viele. Und das waren sie auch schon. Also wirklich diese fünf Stück. Und hier sind sie. Genau. Sieht total lustig aus. Aber wie auch immer. Ich hoffe, es gefällt euch. Und wir sehen uns demnächst. Bis bald. Eure Deni. Tschüss. 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 Vielen Dank.